Ist FarmVill dieses, was es auch auf Facebook gab, so ein Webbrowser-Spiel? FarmVill ist das von Facebook, genau. Aber ich nenne Hater immer FarmVill, weil mir immer FarmVill einfällt, weil das damals so Mie war. Ich habe meine Mutter beim FarmVill-Spielen erwischt. Kennengelernt, ach so. Nee, nee, nee. Mama, bist du das, mit der ich gerade Tomaten handele? Nein, ich habe meine Mutter beim FarmVill-Spielen erwischt und sie hat ungefähr so reagiert, wie wenn ein 16-jähriger Junge beim Wichsen von seinen Eltern erwischt wird. Und sie hat halt wirklich so ihren Laptop ganz schnell zugemacht, sich umgedreht und so getan, als würde sie so lala, irgendwas anderes machen. Verstehe ich absolut. Und ich so, Mama, was machst du denn da? Und sie musste mir dann gestehen, dass sie FarmVill spielt. Weil es ihr peinlich war. Ach.